Und Louis? Ich habe Brot. Und Emil? Ich habe Schokolade und Brot gemacht. Ich habe Schokolade und Brot gemacht. Ich habe Aar und Siro. Ich habe Rosin gebrannt. Ich habe Marmelade mitgebracht. Und du? Ich habe Apel und Karamell. Limonade mit Rax. Wunderbar. Und Elias? Ich habe Serviette gemacht. Ich habe Krebs mitgebracht. Ich habe Fankohlen gemacht. Ich habe AST mitgebracht. Ich habe AST mitgebracht. Ich habe AST mitgebracht.